In diesem Video geht es um 160 MHz Support und Wi-Fi 6i in aktuellen Apple-Produkten. Das ist tatsächlich eine Sache, die bisher so noch gar nicht vertreten war. Mit dem iPad Pro 2022 hat sich das geändert. Das ist das erste und bis dato auch einzige Apple-Produkt, was 160 MHz Support und Wi-Fi 6i Support bietet. Wir werden uns gleich noch anschauen, was das alles bedeutet. Und es gibt natürlich wie immer auch eine umfangreiche Performance-Analyse. Zu Beginn noch ganz schnell. Mein Name ist Christoph und ich habe mir das iPad Pro hier geholt, um ein iPad Pro 2018 mit 11 Zoll abzulösen. Deswegen habe ich mir auch das 12,9 Zoll geholt, um da einfach ein umfangreicheres Upgrade zu fahren. In diesem Video wird es aber nicht um irgendwelche Erfahrungen mit dem iPad oder so gehen, sondern es geht wirklich nur ausschließlich um diese WLAN-Thematik. Das direkt vorweg. Also was ist jetzt neu mit dem iPad Pro 2022? Vom Prinzip her Wi-Fi 6i Support, habe ich schon gesagt. Das wurde ja auch in der Keynote ganz offiziell verkündet. So this is the next generation iPad Pro, supercharged with next generation features, unmatched performance from M2, super fast wireless connectivity, a next level Apple Pencil experience and powerful new features in iPad OS 16. Zusätzlich gab es dann noch 160 MHz Support. Das wurde in der Keynote nicht erwähnt und auch in den Spezifikationen auf der Webseite ist das nicht so richtig umfangreich ersichtlich. Das heißt, dort steht das im 6 GHz Band Support, aber, und das habe ich nachgetestet, funktioniert auch im 5 GHz Band. Und damit ist das natürlich ein Riesen-Upgrade auch für bestehende Wi-Fi 6 und Wi-Fi 5 WLAN-Infrastruktur. Schauen wir uns aber nachher noch in der Performance-Analyse an. Was auch spannend ist, es handelt sich ja um ein System mit Apple M2 SOC, genauso wie bis dato auch beim MacBook Air M2, also dem 2022er Modell. Aber die WLAN-Ausstattung ist ganz offensichtlich unterschiedlich. Also das MacBook Air M2 unterstützt Wi-Fi 6 nicht und hat auch keinen 160 MHz Support, was auch ganz interessant ist. Denn, naja, bisher waren eigentlich immer SOCs und die WLAN-Ausstattung dann immer einheitlich. Schauen wir uns aber mal kurz in der Tabelle an, was das bedeutet. Hier sehen wir jetzt vom Prinzip eine Auswahl aktueller Apple-Produkte. Entscheidend ist dabei vielleicht der Punkt Spatial Streams. Ein 2x2-Aufbau ist bei Apple seit Jahren etabliert. Ist auch generell in der Industrie quasi der Standard, wenn es um die Aufstattung von WLAN-Clients geht. Also das heißt, WLAN-Clients mit mehr Spatial Streams sind total unüblich geworden. Das gab es mal so vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren gab es mal so ein paar Produkte, die das hatten. Auch bei Apple gab es mal ein 3x3-Aufbau. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Möchte ich jetzt gar nicht tiefer thematisieren. Ist auf jeden Fall, wenn ich etwas Schnelles bauen will, der Standard. Es gibt natürlich Produkte im niedrigen Preisbereich, die heute auch noch ein 1x1-Aufbau nutzen. Oder zum Beispiel sehr alte iPhones haben das auch. Aber alles, was aktuell ist, unperformant hat ein 2x2-Aufbau. 6 GHz-Bandsupport gibt es natürlich nur beim iPad Pro hier, weil das eben Wi-Fi 6i supportet. Ohne Wi-Fi 6 Extended Support gibt es keinen 6 GHz-Bandsupport. Kanalbandbreite wurde verdoppelt auf 160 MHz und das führt dann auch zu den höheren Datenraten, die wir unten sehen. Das sind natürlich theoretische Datenraten. Wir schauen nachher noch in praxisorientierte Benchmarks rein. Bevor wir zu der Performance-Analyse kommen, geht es natürlich noch um ein Thema. Und zwar, was bedeutet eigentlich Wi-Fi 6i? Beziehungsweise, was bringt das neue Frequenzband? Also erstmal ganz schnell, Wi-Fi 6i ist Wi-Fi 6 Extended. Bedeutet, 802.11ax erweitert um das 6 GHz-Rückwenzband. Mehr ist es nicht. Dementsprechend sprechen wir jetzt eigentlich nur noch über die Vorteile des 6 GHz-Frequenzbandes. Und ich würde sagen, da gehen wir mal schnell durch. Erster Punkt. Kein DFS. Das heißt, im 5 GHz-Frequenzband bin ich zwingend angewiesen auf DFS ab Kanal 52. Was bedeutet das? Ganz einfach. Wenn ein höher priorisierter Teilnehmer erkannt wird, wie zum Beispiel Wetterradar, Flugradar und so weiter, dann muss ich diesen Frequenzbereich oder diesen Kanalbereich, der von diesem priorisierten oder höher priorisierten Teilnehmer genutzt wird, verlassen. Und das führt dann ganz oft dazu, dass ich dann temporär zum Beispiel Ausfälle im 5 GHz-Frequenzband haben kann oder eine verringerte Kanalbandbreite von dann nur noch 80 MHz, als wenn ich zum Beispiel Zero Rate DFS als Funktion auf meinem WLAN-Router oder WLAN-Repeater, Access Point usw. nutzen kann. Vom Prinzip her ist also da erstmal der große Unterschied. Im 6 GHz-Band gibt es das nicht. Das bedeutet, ich habe im 6 GHz-Band eine garantierte Kanalbandbreite, auch von 160 MHz, was im 5 GHz-Frequenzband nicht der Fall ist. Dementsprechend habe ich im 6 GHz-Frequenzband eine garantierte hohe Datenrate aufgrund der Kanalbandbreite. Der nächste Punkt ist der hohe Mindeststandard. Das Problem im 2,4 und 5 GHz-Frequenzband ist natürlich auch so ein bisschen, dass es eine große Standardfragmentierung gibt. Das heißt, es gibt natürlich aufgrund der Erneuerungszyklen des durchschnittlichen Privatkunden hier natürlich Systeme, die sehr alt sind, Systeme, die ganz neu sind und Systeme, die irgendwo dazwischen liegen. Und dementsprechend nutzen jetzt nicht alle Anwender die neuesten Standards, sondern zum Teil auch noch sehr alte Standards. Und da WLAN-Netzwerke sich natürlich gegenseitig beeinflussen, können dann in so einer fragmentierten Umgebung neue Funktionen wie OFDM, ABS, S-Coloring und Co. nicht verwendet werden oder bringen halt nichts. Und das ist natürlich bei dem neuen Frequenzband anders, denn dort habe ich einen hohen Mindeststandard, nämlich Wi-Fi 6, also 802.4X und kann diese ganzen Funktionen dann schon heute gewinnbringend nutzen und einsetzen. Der nächste Punkt ist großes Spektrum. Das 5 GHz Band besteht ja aus quasi, wenn man mal auf 160 MHz Kanalbandbreite schaut, aus zwei Blöcken. Also wir haben Kanal 36 bis 64 und Kanal 100 bis 128. Die beiden Blöcke bieten dann jeweils 160 MHz Kanalbandbreite an. Und im 6 GHz Band haben wir in Europa und damit auch in Deutschland 360 MHz Blöcke, die wir nutzen können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wir dann natürlich mehr hochbandbreitige oder durchsatzstarke WLAN-Netzwerke parallel betreiben können, ohne dass diese sich beeinflussen. Der nächste Punkt ist dann die geringe Auslastung. Das heißt, im 6 GHz Regensband hat man in der Regel kaum bis keine Konkurrenten, weil es zurzeit natürlich auch kaum Anwender gibt, die bereits ein Wi-Fi 6i-fähiges WLAN-System einsetzen. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann im 2,4 und 5 GHz Regensband eine mittlere zweistellige Zahl an konkurrierenden WLAN-Netzwerken feststellen. Im 6 GHz Regensband sehe ich nur mein eigenes Netzwerk und sonst gar keins. Also das heißt, die Verbreitung ist tatsächlich extrem gering zum aktuellen Zeitpunkt. Dann haben wir noch einen entscheidenden letzten Vorteil, den die meisten auch gar nicht so auf dem Schirm haben, und zwar die Gesamtsystemleistung. Dadurch, dass ich jetzt zwei WLAN-Bänder habe, die durchsatzstark sind, also 5 und 6 GHz Band, bekomme ich natürlich mit einer entsprechenden Verteilung der Clients eine viel höhere Gesamtperformance realisiert. Das sieht man mal gut in diesem Video hier. Und das führt in der Praxis natürlich dann auch nochmal zu einer besseren Stabilität, da ich eben meine durchsatzstarken Clients möglicherweise auf zwei verschiedene Frequenzbänder verteilen kann. Natürlich gibt es auch Nachteile, wie immer. Alles, was schön ist, hat natürlich auch die Rückseite der Medaille. Und das ist hier vom Prinzip her primär der Punkt, eine potenziell schlechtere Reichweite. Potenziell bedeutet, kommt darauf an, was ich jetzt mit was vergleiche. Schauen wir uns nachher noch an, sieht man dann nochmal im Detail. Und der zweite Punkt ist, dass die Erkennung der SSDs meistens etwas länger dauert, weil das Frequenzband so riesig ist und dann meistens dieser Scan ein bisschen länger dauert oder das, ich sag mal, das Empfangen der ganzen WLAN-Beacons etc. Ja, ich würde sagen, genug über die theoretischen Vorteile von WLAN-6i gesprochen. Jetzt kommen wir endlich zum ersten WLAN-Benchmark-Block und zwar geht es hierbei um die Performance des iPad Pros an einem Asus Zen Wi-Fi Pro ET12 Wi-Fi 6i Router. Und dabei habe ich mir die Performance der verschiedenen Frequenzbänder nur mit diesem einen Client erst mal angesehen, um einfach zu beurteilen, wie gut schlägt sich dann welcher Frequenzbereich in Kombination mit dem iPad. Und hier sieht man vom Prinzip her das 6 GHz-Röganzband, 5 GHz-Röganzband aufgeteilt in Kanal 36 bis 64 und Kanal 100 bis 128 und abschließend noch das 2,4 GHz-Röganzband. Kurz zur Erläuterung, das 5 GHz-Röganzband ist deswegen gesplittet, weil im Kanalbereich 36 bis 64 darf eine Sendeleistung genutzt werden, die vergleichbar ist zu der wie im 6 GHz-Röganzband. Auf Kanal 100 bis 128 bzw. 100 bis 140 darf eine deutlich höhere Sendeleistung verwendet werden. Das machen nicht alle Systeme vollwertig, das heißt, da gibt es jetzt keine Garantie drauf, dass man immer dort eine bessere Performance auf Distanz erhält. Aber bei Systemen, die das eben voll ausnutzen, wie zum Beispiel hier dem Zen Wi-Fi Pro ET12, führt das dann zu einer erheblich besseren Performance auf Distanz. Und das sieht man hier auch in den Benchmarks, aber eins nach dem anderen. Zu Beginn erstmal ganz klar 6 GHz gegen 5 GHz auf Kanal 36, sprich blauer und roter Band. Da sieht man schon, die Performance ist recht ähnlich zwischen diesen beiden Benchmark-Ergebnissen und das wirklich über den gesamten Messbereich hinweg. Das bedeutet auch, dass die Performance des 6 GHz-Röganzbandes mit dem iPad Pro durchaus als gut bezeichnet werden kann, denn viele Clients haben da tatsächlich größere Unterschiede zwischen diesen beiden Punkten. Dann haben wir natürlich das 5 GHz-Röganzband mit Kanal 100 und höher und der hohen Sendeleistung, die hier voll ausgenutzt wird. Das führt natürlich dann spätestens ab Messpunkt 5 zu einer erheblich stärkeren Durchsatzleistung, wenn eben diese Sendeleistung genutzt wird. Und gerade an Messpunkt 8 sprechen wir immerhin von der doppelten Durchsatzleistung und das nur dadurch, dass ich einen anderen Frequenzbereich nutze und dort eine höhere Sendeleistung nutzen darf. Das war jetzt schon mal, denke ich mal, recht aufschlussreich. Also wir sehen ganz klar, das 6 GHz-Band liefert hier durchaus eine ähnliche Performance wie das 5 GHz-Band, aber der High-Power-Bereich des 5 GHz-Röganzbandes ist natürlich wie zu erwarten am durchsatzstärksten. In dem Bereich habe ich unter der Bedingung, dass mein WLAN-Router oder WLAN-Accesspoint oder Repeater das auch wirklich ausnutzt, tatsächlich eine bessere Reichweite als ein 2,4 GHz-Röganzband. Auch wenn das viele jetzt nicht glauben, wenn man das so hört, aber es ist tatsächlich so. Wichtig ist aber, dass die WLAN-Hardware das wirklich voll ausreizt. Und das machen die meisten Systeme tatsächlich nicht. Es gibt sogar viele Systeme, die verwenden im Vergleich zum niedrigen 5 GHz-Röganzband-Bereich quasi die gleiche WLAN-Sendeleistung. Da gibt es dann wirklich gar keinen Unterschied. Aber es ist wie gesagt hardwareabhängig. Als nächster schauen wir uns mal kurz die 6 GHz WLAN-Performance des iPad Pros im Vergleich zu anderen WLAN-Clients an. Wie schlägt sich da das iPad Pro? Die Ergebnisse, die man hier sieht, sind auf jeden Fall gut. Denn das iPad Pro schlägt sich besser als das hier eingesetzte Smartphone mit Qualcomm-Plattform, gerade auf Distanz. Klar, in der maximalen Durchsatzleistung ist das Qualcomm-System tatsächlich am stärksten. Das Notebook mit der Intel-Netzwerkkarte hat hier tatsächlich natürlich den Vorteil, dass die WLAN-Antennen auch weiter auseinander sind, also gerade auf Distanz dann in der Regel auch mehr Durchsatz möglich ist. Und im 6 GHz Band scheint das generell auch ziemlich gut zu performen. Dementsprechend haben wir da wie zu erwarten natürlich eine bessere Performance, gerade auf Distanz mit. Aber das iPad Pro kommt stellenweise da durchaus recht nah dran. Also da muss man wirklich sagen, liefert das iPad Pro für das, dass es sich hierbei um ein Tablet handelt, wirklich eine tolle Performance. Also kann man insgesamt sagen, die Performance im 6 GHz Frequenzband des iPad Pros ist definitiv gut. Das kann man hier einfach so stehen lassen. Ist eine gute Performance. Ich brauche natürlich ein WLAN-System, das ebenfalls eine gute Performance liefert. Das heißt, hier sollte man natürlich dann darauf achten, wenn man das 6 GHz Frequenzband nutzen möchte, dass man gerade bei einer höheren Distanz dann wirklich ein sehr leistungsfähiges System einsetzt. Auf kurzer Distanz kann man natürlich auch ein kleineres Wi-Fi 6E System nutzen und dann auf Distanz zum Beispiel nur noch das 5 GHz Frequenzband nutzen. Also man kann da schauen, was für den eigenen Einsatzzweck am sinnvollsten ist. Als nächstes schauen wir uns aber nochmal einen Detail an und zwar die 160 MHz Kanalbandbreiten-Performance. Denn wenn ich jetzt ein älteres WLAN-System habe, das zum Beispiel nur Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 5 kann, interessiert mich jetzt natürlich auch, ob ich dann trotzdem von den 160 MHz Kanalbandbreiten profitieren kann. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kleinen Tabelle, denn jetzt geht es natürlich auch um die Vergleichskandidaten. Ich habe nämlich hier auf der einen Seite jetzt das iPad Pro 2022 genutzt und auf der anderen Seite ein iPhone 13 Pro, das eben nur 80 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Wichtig ist, im 5 GHz Frequenzband geben sich iPads und iPhones de facto nicht viel, was die Performance angeht. Dementsprechend wird das hier jetzt ein spannender Vergleich. Zu Beginn aber noch ganz schnell die WLAN-Spezifikation des iPhones, also 80 MHz und 2x2 Aufbau und Wi-Fi 6. Das gibt es schon relativ lange und ist auch beim aktuellen Modell so. So sieht man jetzt mal, also seit 2019 verwendet Apple quasi diese Art von WLAN-Hardware oder diese WLAN-Spezifikation. Das heißt, diese Modelle sind alle ungefähr von der Performance her dann gleich, was die WLAN-Durchsatzleistung angeht. Damit kommen wir dann auch endlich zu den Ergebnissen. Ich habe jetzt erstmal mit einem Wi-Fi 6 Router getestet, in diesem Fall die Fritzbox 66,90 und da schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Was man hier jetzt sofort sieht ist, dass das iPad Pro erheblich durchsatzstärker ist. Grob überschlagen kann man sagen, fast die doppelte Durchsatzleistung über alle Messpunkte hinweg. Also es ist wirklich völlig egal, ob ich jetzt ganz vorne an Messpunkt 1 bin oder ganz hinten an Messpunkt 8. Die Durchsatzleistung ist immer fast das Doppelte. Das hat natürlich hier auch mehrere Gründe. Einmal klar, die Durchsatzleistung wird erzielt durch die Verdoppelung der Kanalbahnbreite, also 160 MHz. Ganz wichtig. Der zweite Aspekt ist, dass die Fritzbox 66,90 wirklich eine sehr, sehr gute Performance auch mit dieser hohen Kanalbahnbreite hat, denn es handelt sich hierbei um einen Qualcomm QCN6024 WLAN-Chipsatz, der vier Spatial Streams mit 160 MHz supportet, also wirklich auf jedem Stream auch die 160 MHz nutzen kann und dadurch hier halt wirklich sehr gut performen kann, auch über Distanz. Und das sieht man hier in diesen Messergebnissen natürlich sehr, sehr gut. Dementsprechend kann man jetzt schon mal feststellen, wenn ich ein Wi-Fi 6 System habe, das leistungsfähig ist mit der hohen Kanalbahnbreite von 160 MHz, dann bekomme ich hier eine erheblich höhere Durchsatzleistung als zum Beispiel mit einem Apple WLAN-Client, der nur 80 MHz Kanalbahnbreite unterstützt. Dementsprechend schon mal ein Riesen-Upgrade für alle Anwender, die eben einen passenden WLAN-Router haben. Als nächstes schauen wir uns das Ganze nochmal für das Thema Wi-Fi 5 an. Hier habe ich jetzt die Fritzbox 75,90 verwendet, die ja sehr beliebt ist und die aus vielerlei Gründen hier natürlich sehr interessant ist. Diese unterstützt 160 MHz im 5 GHz Rückgangsband ebenfalls, allerdings mit ein paar Einschränkungen, eins nach dem anderen. Schauen wir uns erstmal die Benchmarkergebnisse an. Und was man hier sieht, ist vermutlich anders, als man das jetzt erwartet hat. An Messpunkt 1 bis 4 sehen wir definitiv eine höhere Durchsatzleistung mit dem iPad, das 160 MHz unterstützt. An Messpunkt 1 und 4 würde wahrscheinlich auch ein schnellerer Netzwerkport hier zu einer höheren Datenrate führen, denn die 1 Gigabit Netzwerkports sind dann natürlich jetzt limitierender Faktor, zumindest an diesen zwei Messpunkten. Interessant ist aber auch, dass iPhone bleibt über die ersten vier Messpunkte von der Durchsatzleistung her relativ konstant bei knapp 650 Mbps. Wohingegen das iPad hier durchaus Einbrüche in der Performance hat. Auf Distanz sind die Unterschiede dann nur noch ganz gering, obwohl beim iPad das doppelte Spektrum genutzt wird. Also 160 MHz gegen 80 MHz. Und das hat hier natürlich ganz spezielle Gründe. Und zwar ist es bei der Fritzbox 7590 so, und das betrifft auch viele Wi-Fi 5 Systeme, die 160 MHz unterstützen, dass der Chipsatz eigentlich einen 4x4 Aufbau bei 80 MHz Kanalbandbreite bietet und für 160 MHz dann auf zwei Streams runterschalten muss. Oftmals führt das dann zu einer deutlich schlechteren Performance auf Distanz, was man hier in den Benchmarks natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Generell muss man sagen, dass die Performance oder die WLAN-Verbindung in Kombination mit der 7590 jetzt auch nicht so eine tolle Erfahrung war. Sprich, die Stabilität der Datenrate war jetzt auch nicht so gegeben. Also es hat deutlich mehr Schwankungen gegeben als jetzt zum Beispiel mit dem iPhone. Und dementsprechend muss man sagen, bei älteren WLAN-Systemen mit Wi-Fi 5 und 160 MHz Support sollte man ganz genau drauf schauen, was für ein System das ist. Also es gibt Systeme, die sind sehr, sehr stark, auch mit 160 MHz und Wi-Fi 5, aber dann meistens eben, insbesondere dann, wenn eben über alle Spatial Streams hinweg auch 160 MHz supportet wird. Und das ist bei der 7590 halt nicht der Fall. Sollte man an der Stelle halt einfach wissen. Zusammengefasst kann man jetzt einfach sagen, die Durchsatzleistung ist mit dem iPad Pro erheblich höher als mit allen bisherigen Apple-Systemen. Das heißt, man kann grob davon ausgehen, dass man durch den Support von 160 MHz die Durchsatzleistung circa verdoppeln kann. Circa heißt nicht ganz, aber annähernd. Also ein erheblich höherer WLAN-Durchsatz ist gegeben unter den Bedingungen, dass mein WLAN-System, das ich nutze, also mein Access Point Repeater oder mein WLAN-Router, eben das auch unterstützt und das auch gut umsetzt. Nicht wie bei dem zuletzt gezeigten Benchmark-Diagramm. Dann haben wir natürlich im 6 GHz Frequenzband den Stabilitätsvorteil. Das habe ich am Anfang schon mal umfangreich erläutert. Also das heißt, da haben wir natürlich einen Vorteil. Ich brauche natürlich dann auch erstmal ein passendes System. Das ist natürlich klar. An der Stelle hier gibt es eine Playlist für Wi-Fi 6i-fähige Systeme. Falls man sich ein System neu zulegen will, sollte man da mal reinschauen. Ja, im Großen und Ganzen kann man jetzt eigentlich auch sagen, hoffentlich kommt das jetzt für alle neuen Apple-Produkte so, denn allein der 160 MHz Support ist natürlich schon ein ziemlicher Brecher, wenn es um mehr Datendurchsatz geht. Und man merkt hier auch wirklich diesen Paradigmenwechsel. Das heißt, bei Apple hatte man jetzt bisher immer die Philosophie, dass man unbedingt auf 80 MHz Kanalbandbreite setzen möchte. Das hat Gründe, die liegen in einer theoretisch besseren Stabilität auf Distanz. Generell natürlich auch auf einer besseren Kompatibilität, wie man zum Beispiel bei dem letzten Benchmark-Diagramm ja gesehen hat. Aber sie haben natürlich den großen Nachteil, dass die Performance-technik dann natürlich auch früher limitiert sind. Also sprich, sehr hohe Datenraten von über einem Gigabit Netto-Durchsatz kann ich mit 80 MHz Kanalbandbreite nicht realisieren. Völlig unmöglich. Und das ist mit 160 MHz drinnen und offensichtlich hat man bei Apple erkannt, dass der Bedarf jetzt so langsam dafür auch da ist. Denn beim iPad Pro, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es ja mittlerweile auch zum Beispiel die App DaVinci Resolve Studio, also sprich eine umfangreiche Plattform für Videoverarbeitung oder Bearbeitung. Und da muss man natürlich dann auch große Projekte hin und her laden, gegebenenfalls aus der Cloud. Auf jeden Fall wird man da viel auch über WLAN machen und dann sind hohe Datenraten natürlich mehr als wünschenswert. Und das betrifft natürlich auch ganz, ganz viele andere Anwendungsfälle. Ich denke jetzt einfach mal an alle, die vielleicht fotografieren gehen, ihre RAW-Dateien, dann vielleicht ins iPad laden, bearbeiten und so weiter und dann am Ende des Tages auch die ganzen Daten wieder irgendwo hinsichern wollen oder wegschreiben wollen. Dafür brauche ich natürlich Durchsatzleistung, damit das schnell geht. Und ja, dementsprechend ich denke, dass 160 MHz Support jetzt in allen zukünftigen Apple-Produkten ankommt. Ich hoffe, dass es auch beim iPhone so ist. Das ist so der einzige Kandidat, wo ich mir denke, vielleicht wird Apple dort auch weiterhin bei 80 MHz bleiben. Das fände ich krass. Aber wir werden es wohl dann auch erst zum Ende des Jahres genauer beurteilen können. Ich hoffe aber, dass Apple das jetzt so wie beim iPad Pro 2022 auch bei allen weiteren Produkten umsetzen wird. Damit sind wir an dieser Stelle auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und weitergeholfen. Auf meinem Kanal findest du natürlich noch viele weitere Videos zum Thema WLAN. Ich wünsche dir an der Stelle aber eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis bald.